Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Erklärungsnoten. Meine Wenigkeit ist da Haraldin. Das ist das schöne Spiel, Sankenland. Wir haben schon diese Aufnahme gemacht, die ich jetzt nochmal mache, beziehungsweise anders mache. Wir haben nämlich schon die Schreckensburg aufgenommen, die neue. Oder wollen das aufnehmen und es ist ja jetzt so, dass die Spieler, je mehr Spieler mitspielen, umso höher oder umso stärker werden die Gegner, beziehungsweise umso mehr HP haben die. Ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr die Schreckensburg oder so machen wollt. Versucht jetzt im Moment nicht als Gruppe zu spielen, bis ein neues Update rauskommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die Gegnerstärke ist so extrem, dass ihr über 10 Magazine braucht für einen Gegner. Das ist kein Witz. Der Klunker hatte Schrotflinte genommen, der Speedturner-Snipergewehr und ich hatte die Waffe. Und der Flunder hat mit der Schrotflinte, ich weiß nicht wie viele Magazine der an so einen Gegner reingerammelt hat. Und da wurde aber angezeigt, dass seine Schrotflinte 1.000er Schaden macht, was eigentlich auch schon Quatsch ist. Also das heißt, trotzdem hat er massiven Schaden generiert und hat trotzdem gefühlt 20 Magazine gebraucht. Also es war krank. Wir haben es dann abgebrochen. Könnt ihr euch eine Aufnahme angucken. Ist massiv buggy, leider. Ich habe es alleine mal getestet. Alleine geht es. Alleine sind die Gegner sehr schwach. Ich glaube, die haben den Indikator einfach falsch gesetzt. Ähm, aber es hat sich noch ein bisschen mehr Neues getan. Denn wir haben natürlich jetzt hier die Waffenbretter. Die konnte ich euch in der letzten Aufnahme nicht zeigen. Ich zeige euch jetzt. Die sind kleiner geworden, wie ihr seht. Also die haben, äh, zwei Waffenbretter haben immer eine Fläche eingenommen. Und jetzt seht ihr schon, ihr habt da ein bisschen Luft und oben auch. Das heißt, ihr könnt jetzt das anders gestalten und anders bauen, sodass man vielleicht auch noch die Glaswand dahinter sieht. Und, ähm, finde ich auf jeden Fall viel, viel besser, weil die Waffen jetzt auch an der Waffenwand viel geiler aussehen. Also gerade auch eine Schusswaffe wirkt jetzt viel besser als, äh, vorher. Also eine Handfeuerwaffe. Weil vorher war das so riesig, dass das einfach verloren gegangen, ne? Ähm, das finde ich sehr cool, dass sie es gemacht haben. Was sie auch gemacht haben, ich glaube, das haben sich auch viele Spiele gewünscht, ist das Geräusch. Ihr hört's? Ich habe nichts verstellt. Also das Geräusch ist, äh, leiser geworden. Finde ich sehr, sehr cool. Testen wir jetzt mal, ob das bei der, bei der Säge genauso ist. Ja gut, die sind ein bisschen lauter. Die haben das Geräusch gelassen. Mir wäre es ja lieb, die würden das Geräusch ändern, weil ich nicht so richtig verstehe, warum, äh, man da jetzt, äh, das gleiche Geräusch wie bei der, bei der Kreissäge braucht. Aber ich finde, das ist schon mal leiser geworden. Das ist schon mal sehr schön, weil das war unglaublich nervig. Und, äh, das ging einen echt auf den Sack. Sag ich euch, so wie es ist. So, der neue Bauplan ist natürlich auch da, Leute. Ihr seht's jetzt hier. Er ist jetzt blau angezeigt. Insel der Schiffsbrüchigen. Da könntet ihr jetzt hinfahren und könntet euch diesen ersten Sauerstofftank holen, um halt weiterhin die, äh, weiteren Sauerstofftanks zu bauen. Ebenso habt ihr den Rucksack jetzt nicht mehr als Blaupause, sondern eben hier im, im Forschungstisch und zwar auf Stufe 4. Das habe ich ja in der, äh, in anderen Aufnahme gesagt. Das wusste ich jetzt nicht, wo das kommt. Ähm, ja, sonst haben wir hier nichts Neues. Aber der Rucksack ist halt da. Ihr braucht jetzt Stoff dafür, Leder und, äh, Gummi. Klar, ich glaube, das war vorher auch so. Und, äh, der ist halt jetzt in der, äh, Forschungswerkbank zu lernen und nicht mehr als Blaupause. Natürlich nicht schlecht. Ähm, ja. Dann haben sie natürlich hier oben, das haben wir ja auch in der anderen Aufnahme schon gesagt, haben wir jetzt immer noch dieses, wie sagt man das, so Head-Up-Display oben. Äh, wo jetzt meine, nicht wundern, wenn ihr euch fragt, was das ist, dass das Teil, ne, was hier oben am Kopf hängt. Warte, zack, so ist es weg. Äh, da haben wir oben natürlich die, die Anzeige dafür da, ne. Und, ja, das haben sie jetzt auch geändert. Achso, das ist auch neu. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier drei Blaupausen haben und haben einmal gedrückt, hat es ja automatisch alle drei Blaupausen hier rübergezogen. Und ich glaube, dass das auch viele Spieler wollten. Wenn wir jetzt einmal drücken, haben wir auch nur eine. Nochmal, nochmal. Wenn wir jetzt aber gleich alle beide haben wollen, drücken wir Doppelklick und dann haben wir automatisch, äh, die Blaupausen oder was auch immer schnell rüber und rüber geschoben. Und ansonsten schieben wir das Einzelne hin und her. Finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen, weil man es nicht kennt. Aber ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Auch längst überfällig eigentlich. Solche Sachen machen sie und das finde ich auch cool, dass sie da dahinter bleiben und da auch ein bisschen aufpassen, dass das dann läuft. Aber wie gesagt, die Fehler und Bugs, die müssen raus unbedingt, bevor das Spiel noch größer wird und man noch mehr, äh, Sachen hat, die man erkunden kann. Weil, was willst du mit einem Spiel, wo du Fehler erkunden kannst, aber die, die, die Fehlerquote einfach so hoch ist, dass es einfach keinen Bock macht. Ja. Also wir haben zu dritt echt die Schreckensburg abgebrochen. Ach, kleines Käffchen trinken hier. Aber, ähm, ja, wir haben die Schreckensburg abgebrochen, weil es dann einfach nicht spielbar war und das, das, das macht dann auch keinen Spaß. Wenn du dich auf etwas Neues freust und dann kannst du einfach nicht spielen, ne? Also das ist krass. Wie gesagt, allein müsste es gehen. Achso, ich habe gar keine, keine Munition für die Waffe. Okay. Na, egal. Gut, dann haben wir die. Dann ist es so. Und, äh, ja, aber halt zu dritt nicht, ne? Und das ist halt echt schade. So, wir waren ja mal nicht ganz so weit. Oder fahren wir doch ran? Mal sehen. Und es geht schon hier los. Ihr seht's, ihr habt hier so diese kleinen Außeninseln. Das ist komplett neu. Da hast du auch schon den ersten Gegner hier. Und das ist jetzt zwei Schoße der Gegner ist weg. Und glaubt mir, ich habe über, wirklich über fünf Magazinen in den Gegner reingeschossen. Und die, also ihr seht's ja in dem Video, müsst ihr euch echt angucken. Das ist, also das ist krass. Wie man sowas so verkacken kann. Das ist echt schade. Ja, und jetzt werden wir das hier mal versuchen. Aber ich denke mal, so alleine kriegen wir es auf jeden Fall auf der Reihe. Und ihr habt hier, wie gesagt, die Außenareale. Da sitzen ein paar Gegner drauf. Das ist ganz cool gemacht. Die verteidigen quasi die Insel. Da kommt schon der nächste Gegner. Warte doch mal, ich muss das mal looten, Junge. Habe ich gleich schon eine Blutung gekriegt, ne? Machen wir gleich noch Maximall HP hoch. Und es sind auch wirklich sehr viele Gegner wieder, ne? Das war das Krasse. Also du kommst da gar nicht rein, weil es nicht ging. Und es ging einfach nicht. Wir konnten die Gegner nicht besiegen. So, aber dann gucken wir uns das mal an. Ich finde es ziemlich geil. Also ich finde es viel, viel cooler als vorher natürlich. Ganz klar, da bin ich bestimmt nicht allein. Das mit den Klarscheiben finde ich schon mega, mega geil. Das sieht einfach nach was aus, ne? Und gerade, dass die dann auch so Außenposten haben, wo Gegner draufstehen. Finde ich auch cool. Ist auch eine sehr nette Sache, auf jeden Fall. Nehmen wir alles mit, Leute. Nehmen wir alles mit. Wir haben ein bisschen, achso, aber da gibt es ja keine, keine andere Munition. Ich habe jetzt auch keine Granaten mit, glaube ich, ne. Ja, ist egal, brauchen wir auch nicht. Können wir auch so blatt die Kunden. Da oben steht noch einer. Headshot, Baby. Und das ist halt krass, im Gegensatz zum Anfang, da hast du schon auch mal hier und da ein paar mehr Schüsse gebraucht. Da merkst du schon, das haben sie jetzt gedreht. Das geht, das geht schneller. Dass die Gegner sterben, ne? Aber wie gesagt, das ist halt im Multiplayer nicht spielbar. Ja, cool gemacht. Hier unten habt ihr dann einen schönen Außen- oder Unterbereich. Das ist echt, echt nice. Ja, also gefällt die Welt jetzt richtig gut. Das ist fast so ein bisschen Gefängnis-ähnlich, ne? Also, richtig, richtig geil gemacht. Also, die Idee ist wieder cool. Hier haben wir die Leiter. Die haben sie auch ein bisschen umgestellt. Okay, nehmen wir natürlich mit. Die Marietta auf jeden Fall. Wo war noch einer? Wo schießt sie? Was willst du, Junge? Was willst du? Müssen wir uns noch ein bisschen umgucken hier. Werden die Inseln natürlich versuchen, genau Stents unter die Lupe zu nehmen. Gut, da haben wir schon erst einen Save. Okay. Aber wie gesagt, man sieht es auch. Also, es hat sich komplett geändert, ne? Also, im Gegensatz zu vorher. Kein Vergleich mehr. Und ich finde es viel, viel geiler gemacht, so. Überall hast du diese Gänge und alles. Also, das ist diese kleinen... Diese wie kleine Zimmer hier. Das finde ich schon richtig cool. Hat so ein bisschen Hotel-ähnlichkeitsart. Hat er vorhin doch gesagt. Stimme ich ihnen voll zu. Oh, aber jetzt haben wir ja jetzt kassiert, Junge, ne? Meine Fresse. Guck mal, da hat ein Kohl einstecken. Nicht schlecht. Warum nicht? Ja, das ist halt jetzt das Problem, ne? Ihr müsst halt wirklich sehen, dass er so Doppelklick macht. Auch hier habe ich es nicht geschafft. Weil ansonsten nimmt er halt immer nur eins davon weg. Halt mal die Klappe jetzt. Ich rede hier. Und da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen. Guck mal, hier haben wir ein paar Fässer. Oh, was ist denn das? Ein neues Fass. Ein blaues Fass kenne ich noch nicht. Explosiv, okay. Gucken wir mal. Ne, kann nicht hochgehen, okay. Aber da kriegt man jetzt chemische Substanzen drin, okay. Ein blauen Fass, nicht schlecht. War ja vorher rot, ne? Gibt es vielleicht auch noch die roten, aber... Ja, die Piotika nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Das ist dringend nötig. Das tun wir gleich mal essen. War so ein cool Hirner gespachtelt. Moin! Willen wir eure Bosses angucken. Finde ich ganz geil. Ah, okay. Gibt es keinen Lutzack. Auch schön. Die Waffe finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Musst du aufpassen, dass das nicht runterfällt. Boah, Alter, was geht ab? Was macht den hinten? Ja, bleibt doch mal ruhig, Junge. Ganz geschmeidig, boy. Wobei ich trotzdem die andere Waffe besser finde, die ich sonst noch mal hatte. Aber die ist auch okay. Nehmen wir gleich... Das nehmen wir mit. Erstmal, das hauen wir raus. Brauchen wir nicht. Cool, haben wir genug. Ihr habt ja überall so Räume. Da könnt ihr auch massen Holz gluten, auf jeden Fall. Und hier, wo war's? Hier können wir wieder runterfallen. Aber das ist jetzt auch nichts Spezielles. Das gucken wir mal. Das nehmen wir mal mit. Wie gesagt, wir haben wirklich... Also ich glaube, der Flunder hat... Ich weiß ja, mit dem Spiegel zusammen, ich müsste es schätzen. Aber ich glaube, 1500 Schuss verballert. Und wir haben es geschafft, vielleicht 5 Gegner zu killen. Mit 1500 Schuss. Also das ist... Wir haben unsere kompletten Reserven aufgeraucht. Das war schon krank. Das war echt heavy. Weil mein Aiming ist wieder unborderlich. Ja, ist ja gut, Jungs. Was geht ab? Ganz ruhig auch. Kannst auch mal geile Stealth-Aktionen machen. Oh ja, das ist gut, Monotov. Ist gut. Den nehmen wir natürlich. Da muss er auch bei der Munitionen zu aufpassen. Wo schießt er denn hier? Wo jetzt? Okay, kriegen wir mal auf gut auf den Sack auf jeden Fall. Wow. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Okay. Ja, Pilzen brauchen wir eigentlich auch nicht. Da musst du halt aufpassen. Das sind halt auch mehrere Ebenen. Also da... Boah, sind ja viele Gegner, ey. Na! Zählt wieder nicht. Gehen wir langsam die Schuss aus, ne? Das ist natürlich blöd. Ich hab keine Handfeuerwaffe mit. Das wird interessant, sag ich mal. Ich kann natürlich auch auf alles neben gehen. Das geht natürlich trotzdem auch noch. Ne? Da wird's automatisch gesteckt, falls wir da irgendwas schon im Inventar haben. Macht jetzt in dem Fall auch wirklich Sinn. Okay, jetzt haben wir die Maräte nicht mehr. Ähm, dann erst mal das. Das nehmen wir auch mal. Und jetzt haben wir natürlich diese Blaupause mit dir. Dann werden wir mal hier das herstellen. Genau. Nehmen wir das auch gleich noch. Das ziehen wir wieder rüber. Dann ist ja egal. Haben wir auch noch einen Platz mehr. So. Fortgeschritten Teil nehmen wir mit. Stolzschrott brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind aber was schaffen. Wir haben nicht mehr viel... Nicht mehr viel Luft. Ja, jetzt macht auch das Messer wieder mehr Schaden. Boah, Alter. Die machen aber auch... Das ist auch gut auf die Fresse, ne? Soll ich mal. Was ist denn? Meine Fresse, ey. Äh, Pils brauchen wir jetzt nicht... Hatte ich nicht einen Molotov-Gock der eingesammelt? Alter, okay. Krass. Die schießen halt aber schon so brei hier, die Jungs, ne? Den Hammer. Ich hätte noch eine andere Waffe mitnehmen sollen. Ich bin zu blöd. Fuck. Jeder Schuss, den ich vergeulte, ist scheiße. Das Aiming ist halt immer noch nicht so geil, ne? Ne, den machen wir so. Komm her. Komm ran zum Papa. Ist halt blöd, wenn du die Mission noch nicht hast. Dann würdest du jetzt sehen, wie viele Gegner hier sind. Aber ich kann es jetzt halt nicht nachvollziehen. Nehmen wir auch gleich. Naja, einen Pilz wollte ich gar nicht nehmen. Wo ist er hier? Weg. Mal reden, das ist natürlich gut. Wieder habe ich es nicht gesehen, dass ich hätte mehrfach drücken müssen, ne? Ja, das ist halt... Musst du echt mit dem Doppelklick aufpassen. So. Oder alles nebendrücken eben. Besser. Auf jeden Fall besser, Leute. Alles nebendrücken gleich. Geht auch schneller. Definitiv. Ja, 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 ja. Bleib mal ganz ruhig, Junge. Aber es sieht cool aus, ne? Also das haben sie echt geil gemacht. Gibt's nix. Ja, kann man eigentlich gleich wieder eins nehmen. Wie war man noch... Oh, ach, uh, das wird eng. Oh, oh, oh. 24 Schuss. Äh, da muss ich jetzt echt sitzen. Na, wenn er das Spiel natürlich ein bisschen mitmachen würde. Da ist noch einer. Na, ja, ich treffe natürlich nicht. Oh, jetzt. Menschenskinder. Hab ich die schon? Boah, das sieht auch... Also das... Das finde ich richtig cool gemacht hier halt, ne? Mit dem mit den Klaus und so. Das sieht halt schon richtig geil aus. Und hier hast du ein Esstisch, wo überall Essen draufsteht. Auch da haben sie sich was gedacht dabei, ne? Dass sie gesagt haben, ey, das machen wir jetzt mit dem... Dass das wirklich wie so eine Basis aussieht. Und dann mal, dass da auch auf dem Esstisch Essen steht, ne? Ja, auch mal eine Karte hingehängt. Schön. Gefällt mir. Also, optisch auf jeden Fall gut. So, jetzt haben wir natürlich wieder ordnen. Das war ja klar. Gut, das können wir nicht mal mitnehmen. Scheiße. Äh, dann... Ja. Wo steht die Maschine vor allem, ne? Muss ja wahrscheinlich dort nochmal raus. Das ist blöd. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber es wird wohl so werden. Ach ja, kommen wir ja nicht raus durchs Glas, ne? Haben wir auch noch einen Safe. Ja, scheiße. Müssen wir nochmal runter. So, wo ist das Boot? Da ist das Boot. Ach gut, Holz. Okay, das können wir mal hier lassen. Gut. So. Machen wir L. Das wollen wir auch mal... Wenn wir das Licht schon mit haben, machen wir es auch an, ne? Habe ich gehofft, jetzt kommt ein Gegner raus, aber kommt nix. Wir haben noch 17 Schuss. Das wird eng. Ich weiß nicht, wie viele Gegner noch da sind. Hierbredig kriegst du auch mit Messern. Wir haben auch noch Granaten und Molotows. Aber da steht noch Autos drin, okay. Boah, das ist ja cool gemacht. Ey, wie so eine kleine Garage unten, ne? Okay, das ist ja mega geil. Wie komme ich denn da rein? Hier vielleicht? Kick mal mal, ne? Kick mal mal. Oh ja, nice. Also, die haben sich schon richtig was einfallen lassen. Da kannst du nix sagen. Wenn es dann funktioniert, wie gesagt... Wenn du zuviert einfach nur die Fresse vollkriegst, das macht dann auch keinen Spaß, aber... Aber die Ideen diesmal, wo das Zeug steht und wie es steht, ist cool. Und mir gefallen auch die blauen Fässer besser, muss ich echt sagen. Haben wir noch ein paar chemische Bustanzen. Muss ich ja glatt ein neues Video drehen, ne? Weil es nicht mehr zählt, ja. Das nehmen wir mit. Das bleibt da. Kann man das kaputt machen? Nee, kann ich auch durch. Äh, okay, durchbacken halt. Schrank, was... Irgendeine Klamotte, eine neue. Schön. Nehmen wir auch mit. Ja, ein Traktor. Schöner, bunter Traktor. Überall Autofrax. Also, ihr seht da, die Ebenen hier sind mega gut, ne? Das ist richtig cool gemacht. Okay, da geht's um den Container wieder hoch. Was hast du denn, Junge? Wo ist er denn? Was willst du denn? Okay, krass. Waren wir hier schon? Ja, sieht so aus, ne? Nee, aber noch nicht. Moin. Doch, das war der Tisch mit den Klausscheiben, genau. Tschüss, Junge. Äh, ja, ja. Ja, okay. Gleich essen. Looten. Alles nehmen. Auf jeden Fall. Immer alles nehmen. Essen, immer gut. Wenn ihr sowas mit habt. Ich mein, die Riegel und so, die benutzen wir jetzt gar nicht ganz so oft, weil die nicht so, ja, die sind halt nicht so Brille, ne? Aber wenn du davon ein paar hast, ist es auch nicht schlecht mal fürs schnelle Essen. Zwischendurch kannst du schon machen, ne? So, da haben wir hier natürlich noch die Waffenkiste. Ja, alles nehmen. Äh, das kaputtes J-Gewerr nehmen wir noch mit. Dann haben wir ja vorne ja den Safe noch. Gucken wir mal. Schönes, langes, schon ein langer Esstisch hier. Mal gucken, was drin ist. Mal sehen, ob wir Glück haben. So, wir haben, ja, das ist gut. Das kann man auch gebrauchen. Das kann man auch wieder verkaufen. Nicht schlecht. Okay, wo kommen wir da jetzt hoch? Das war jetzt noch interessant zu wissen. Hier ist noch ein Müllcontainer. Oder haben wir noch Vorratskisten, oder was? Was ist denn? Ey, ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Ich mache halt keinen Stress. Wir können über alles reden. Jetzt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Nehme ich so. Wieder Blutung. War klar. Habe ich denn verbannt? Ja, habe ich. Ähm, auch, sowas ist auch cool, ne? Das, ja, cool. Nice. Tür öffnen. Oh, da gibt es einen Geheimgang, Leute. Das ist ja geil gemacht. Äh, machen wir gleich. Aber das finde ich halt cool. So die Kühltruhen mit Kühlschränken, dass du dann halt einen richtigen Essensraum hast, ne? Dass das nicht mehr einfach, weil du es irgendwo steht. Sondern das ist jetzt richtig ein Essensraum, äh, wo eben das, äh, das Essen gelagert wird. Das finde ich richtig geil. So, gucken wir mal. Okay, nice. Gehen wir natürlich nicht ohne Waffe rein. Ja, schick. Hast du nochmal so einen kleinen... Okay, da gibt es nochmal Elektro-Teile zu looten, aber ordentlich. Aber wie gesagt, ihr müsstet da halt kämpfen, ne? Also hier musst du dich erstmal ganz schön durchkämpfen. So, was gibt es hier? Kann man das lernen? Ne. Äh, Granate, ja. Aber, okay, da muss ich dann mal einer verbrauchen. Ja, jetzt geht es schon wieder los mit dem Platz, ne? Musst schon wieder Management betreiben hier. Es hat auch immer ein bisschen Management-Spiel, ne? Muss man auch sagen. So, die ganze Sache, das brauche ich nicht. Ja, gut, scheiß. Das nehmen wir jetzt einfach. Ja, das können wir stacken. Schwarz-Pulver kann ich euch nur ans Herz legen. Wobei man auch wieder viele Spots hat, die man findet. Das brauche ich auch nicht. Ja, jetzt wird schon wieder eng mit dem Platz, ne? Das ist krass. Also Loot gibt es hier viel. Deshalb wäre zu zweit, zu dritt natürlich viel besser gewesen. Aber, ja. Okay, die haben wir jetzt schon... Äh, das können wir auch nochmal stacken, glaube ich. Genau, das könnten wir... Äh, okay, das hat er runtergeschmissen. Schön. Ja, scheiß drauf. Nehmen wir das weg. Ja, das haben wir auch keinen Platz mehr. Und die Zeitschrift zum Verkaufen wäre eigentlich auch gut, aber... Na gut. Ja, aber nice. Finde ich geil mit Geheimgang. Das ist auch wieder mal was Neues, ne? Was richtig cool ist. Schön wäre halt noch, wenn diesen Gefrierfächern auch noch was drin wäre, ne? Aber auch hier haben wir eine Küche. Gibt es also auch noch ein bisschen Loot. Also auch noch ein bisschen Essen. Okay, da ist jetzt nichts drin. Ist aber nicht so schlimm. Das ist... Das finde ich cool. Das finde ich richtig geil ist sowas. Nehmen wir auch. Ja, das sieht schick aus. Guck mal, da liegt Obst auf dem Regal endlich mal. So was auch cool, ne? Dass in dem Regal endlich mal was drin liegt. Wäre jetzt auch cool, wenn man es nehmen könnte, aber... Das gibt es ja nicht in der Paprika und so. Vielleicht spielt doch. Man weiß es nicht. Aber nice Idee schon mal halt. Na einfach, dass es sowas überhaupt gibt. So, jetzt gehen wir mal hoch. Gucken wir mal, ob unser siebte Schuss noch hier durchkommen. Ob man die Basis da noch angucken können Sie mir das. Alles weglooten. Komm, wir jetzt eh nicht. Wir haben jetzt schon ein bisschen geloodet. Moin. Das war ein klassischer Heidschart. Aber da wird es satt gehabt. Na, Junge. Wo schießen die jetzt hier? Über mir wahrscheinlich. Okay. Ja, ganz ruhig. Ich will mich erstmal umgucken. Hab da aber eine große Barsis, ja, ne? Brauchte doch gar nicht. Da war ich mal ein Molotovok der Verbraucher. Vielleicht treffen wir ja jemanden. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ah, das geht noch weiter hoch. Willst du mich rollen? Lass mal alles abfacken. Nee, die Ebene abfackeln. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier geht es auch noch weiter hinter dann. Okay, krass. Hab ich noch getroffen? Ich glaube, ja. Ja, hab ich. Das war auch sowas. Das habe ich auch versucht. Es war unmöglich, die Kunden abzufackeln. Also, ich weiß nicht, wie viel du da gebraucht hast an Molotovokdels. Aber es war einfach nicht machbar, ne? Leider. So, wir haben jetzt diese Außentreppe. Die hatten wir ja vorher schon. Genau das Stück haben sie gelassen hier. Interessant. Und da wird dann wahrscheinlich auch dort das Gerät stehen. Achso, das ist jetzt einfach nur der... Fuck. Der obere Boden jetzt sozusagen. Und das wird jetzt ohne... Ohne Munition wird das jetzt echt interessant. Naja, gut. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Schweinen. Kriegen wir irgendwo noch welche. Ich meine, die sind ja kein Problem. Die kriegst du so, ne? Aber bei die Fernkämpfer... Ah, ich habe echt keinen Platz mehr, ne? Scheiße. Gut, dann hau wir den Helm raus. Den habe ich sowieso schon zu oft. Stoff haben wir auch nicht mehr mit. Okay. Moin. Wenn wir Schwein haben... Ja, pass auf. Wir machen was anderes. Wir gucken mal. Das müsste doch genau... Wenn wir jetzt Glück haben... Ja, das schaffen wir. Okay. So. Komm, sagst du mal neues Teil? Die ganze... Mitten im Krieg hast du mal neues Teil genommen. Habe ich schon? Okay. So. Jetzt machst du mir noch ein bisschen Platz. Ändert jetzt nichts an... An... An der Munition leider, aber... Den kriegen wir so. Da muss ich echt dran gewöhnen mit dem Doppelklick. Oh Gott. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hä? Wer schießt denn hier? Okay. Wer trifft mich jetzt hier? Verstehe jetzt nicht. Ach, da drüben. Okay. Das Schwein. Das nehmen wir gleich. Das ist scheiße. Das nützt uns nichts. Ah, haben wir auch schon. Scheiße. Ähm. Oh Gott, das war... Das war richtig scheiße. Ja. Ne, ich dachte, ich kann das so ein bisschen um die Ecke, aber... Und dann haben wir auch okay. Da kommt dann einen kleinen Schnitt, da hat es meine Aufnahme abgebrochen. Das ist natürlich auch wieder mal so buggy hier manchmal. Das nervt ein bisschen. Wir sind jetzt hier, äh, wir haben jetzt die Gegner besiegt und dort, wo jetzt die alte Ebene war, quasi, wo ihr früher eure Blaupause eintauschen konntet, da gibt es jetzt nochmal einen kleinen Weg. Da könnt ihr hier dieses Gitterdings runterrutschen. Komme ich jetzt leider nicht mehr hoch, kann ich euch nicht mehr zeigen. Tut mir leid. Und, äh, da haben wir dann auch wieder so einen Raum hier, wo ganz viele Gegner spawnen. Und da hat es kurz geruggelt und ich glaube, da ist die Aufnahme abgeschmiert. Ja, tut mir leid. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Aber die meisten werden es ja schon kennen. So, jetzt haben wir noch acht Schuss. Jetzt haben wir dort noch einen Nahkämpfer, den kriegen wir auf jeden Fall weg. Das machen sie wahrscheinlich jetzt öfter, dass sie da sagen, okay, wir bauen solche Fallen ein, dass wenn er dort runter geht, dann halt einige Gegner auf euch warten. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo da, wo stehen denn die Schweine da oben vielleicht, warte mal. Ich habe eine Idee, Leute. Oh, das Messer, das Messer ist auch Gold wert, sage ich euch, so wie es ist. Ja, wir, gut, was willst du jetzt hier rumeiern? Wir können eh alles essen, weil, ja, wir sind am, am, massiv am Arsch einfach, ne? Das nehmen wir mit. Molotov haben wir keinen mehr, ne? Schade. Den fand ich eigentlich besser, wobei, wenn es jetzt mit den Granaten wieder gehen würde, ja, da oben stehen sie, die Schweine. Den Hammer. Nice, also da standen links und rechts zwei Gegner halt. Oh, wieder Munition, ist gut. Oben auf den, auf den Dingern und ansonsten gab es nur Nahkämpfer. Ich weiß nicht, ob in den Räumen jetzt hier noch welche drin stehen. Also da habt ihr schon ganz schön zu tun, sage ich mal, ne? Ja, da gibt es nochmal einen leeren Kühlschrank, auch schön. Polizeiauto mit Munition und, oh, viele Fässer Benzin. Das ist ein sehr geiler Spot für Benzin. Benzin und chemische Substanzen, ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall. So, was hat der Kollege noch für uns? Ja, oh, wieder Molotov ist gut. Molotov ist sehr gut. Immer noch Gegner Musik, ne? Krass. Nice. Sieht schick aus. Also, aber cool. Also das Design ist cool, ohne Scheiß. Schreibt es mal rein, wie ihr das findet. Aber ich finde es mega geil, die neue Bosses. Eigentlich alle neuen Bosses, ne? Es gibt keine, wo ich sage, die ist hässlich geworden. Ich finde eigentlich alle ziemlich cool. Ich glaube, da schießt es schon wieder auf mich. Kann ich nicht mehr. Das kann ich noch nehmen. Das kann ich machen. Das geht. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Munition. Wo bist du, du Schwein? Ich würde meine Granate für dich opfern. Wo bist du? Ach, da hinten. Okay, krass. Komme ich bis dahin? Naja, ich glaube nicht. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Oder? Reicht's? Nee. Dann gibt es halt mal ein Headdy, ne? Was willst du machen? Gibt es halt einen Headshot. Wieder ein Kühlschrank, wieder Essen drin. Sehr gut. Und schon haben wir noch neue Granate. Was willst du mehr? Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Oh, krass, wir haben es geschafft. Nicht schlecht. Ah, wow. Was für Gegnermassen, ne? Was für Gegnermassen. Da kommt auch immer das jetzt auch raus. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das können wir wieder eintauschen. Können wir auch noch mitnehmen. Brauchen wir nicht. Was gibt es hier jetzt noch? Ja, das können wir natürlich nicht mehr nehmen. Scheiße. Ihr packt eine Bohnen. Hier gibt es schön aufgereiht Sprit. Ja, schön hier. Guck mal. Also wir sind direkt beim Boden. Was willst du mehr? Ja, da können wir natürlich noch mal kurz umstecken. Die ganze Sache, ne? Oh, nice. Kann man jetzt uns fröhlich einen abluden. Also, schreibt rein. Was sagt ihr dazu? Ich finde es mega cool gemacht. Sehr, sehr coole Bohnen. Das ist ein bisschen unübersichtlich, weil es wirklich verdammt viele Gegner sind. Aber auch, dass du mal eine Außenwacht hast, sag ich mal, wo Gegner warten auf dich. Finde ich auch schon ziemlich geil. Also das ist auch immer cool. Das ist auch neu. Das gab es vorher auch noch nicht. Darf man echt gespannt sein, was die nächsten Inseln noch so bringen, ne? Ihr habt auch Massenstollschrotze, Looten. Gerade die Autos drin, ne? Die Polizeiautos und so. Also da habt ihr echt zu tun mit Looten. Und wie gesagt, es wäre sehr geil, wenn es dann endlich funktioniert, dass die das... Diesen Pegel nochmal anpassen. Liebe, liebe Entwickler, bitte, bitte macht das ganz schnell. Bringt da nochmal einen neuen Hotfix raus, der das anpasst, dass wenn man mit mehr Leuten spielt, dann eben nicht so massiv auf die Fresse fliegt. Ja, weil das, wie gesagt, ist nicht spielbar mit mehr Leuten. Das ist nicht spielbar einfach. Die sind so unendlich stark. Das ist kein Vergleich zu jetzt. Wenn ihr seht, was die mir schon von Schaden abziehen, ich meine, das ist alles okay, ne? Aber, wie gesagt, so dritt sind die so stark und halten so viel aus, das ist aussichtslos einfach. Und das macht dann auch keinen Spaß, ne? Sag ich ehrlich so, wie es ist. Ja, meine Maus spinnt ja. Aber ansonsten, ähm, schönes Ding. Ich find's cool. Ich find's auch cool, dass ihr... Den haben wir noch gar nicht gesehen hier oben. Guck mal. So, und da gibt's nochmal einen kleinen Schnitt, meine lieben Freunde, weil... Ich möchte euch noch ein was zeigen. Ich bin jetzt nochmal runtergesprungen. Äh, es gibt nämlich noch einen kleinen Geheimgang. Und zwar, äh, könnt ihr hier noch reintauchen, äh, wie auch in der anderen Basis. Ich glaub, das werden sie jetzt immer mit einfügen. Deshalb hab ich auch gedacht, ich suche hier unten mal, äh, ob ich da was finde. Und ich hab was gefunden. Und als Orientierung dient euch diese Klarscheibenfront. Und da habt ihr ja diesen Safe, der so blubbert, der draußen steht. Wenn ihr von dem ungefähr einfach quasi mittig zurückgeht, dann habt ihr hier im Wasser, äh, den Geheimeingang. Da braucht ihr auch nicht unbedingt eine Sauerstoffflasche. Und das schafft ihr auch so. Wäre aber ratsam. Ihr könnt die Autos abbauen, um reinzukommen. Ihr könnt aber auch vorbeischwimmen. Und hier gibt's schönes Zeug nochmal. Bisschen Kupfer auf jeden Fall. Ziemlich cool. Nicht zu knapp, ne? Da gibt's natürlich noch ein bisschen Metallschrott. Hier gibt's noch ein bisschen, äh, Benzin. Hier gibt's noch eine Waffenkiste. Also, ja, da können wir auf jeden Fall wieder ordentlich looten. Ist ganz geil gemacht. Ja, wie Stollschrott hier halt, ne? Und, äh, halt mal so ein Ort, schönes Höhensystem. Auch ein Safe habt ihr hier noch. Und da könnt ihr hier weiterschwimmen. Und dann seht ihr schon, geht's hier hoch. Da könnt ihr dann wieder hochschwimmen. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt was vergessen habt. Na, Höhle, sag's bitte. Weil es ist manchmal ein bisschen, äh, crazy. Bisschen unübersichtlich, ne? So, da können wir hier hochschwimmen. Und ihr habt da dann leider, da kommt er hoch und kommt direkt zu diesem Safe, der so blubbert. Ja, und da unten, ungefähr da, ist dann der Eingang vom, der Eingang vom Geheimgang. Geil, oder? Und, äh, ja, das, diese ganzen Sachen halt hier, ne? Also diese ganzen Zwischenebenen und Geheimgänge und was weiß ich. Fällt's auch geil, oder? Ja, dachte ich mir doch. Äh, haben sie schon echt was dabei gedacht. Muss ich echt sagen. Ach so, jetzt hab ich wieder diesen Feder gemacht mit dem. Einmal drücken. Finde ich den Beutel nicht mehr, egal. Waffenteile findest du echt genug. Noch eine Waffenkiste. Halt, was mir halt auch sehr gut gefällt, ist dieses sinnvoll durchdachte, ne? Also das halt, wie gesagt, du jetzt eine Küche hast, wo ein Kühlschrank drin steht und Essen. Und bla bla bla. Und hier hast du so ein paar Schlafräume und sowas. Das ist designmäßig einfach durchdachte. Du hast halt gemerkt, dass dir am Anfang die Inseln echt rausgeknallt haben, weil sie auch Spiel rausbringen wollten. Und sich schon vorgenommen haben, das dann alles nochmal ein bisschen zu optimieren, noch ein bisschen zu verschönern. Und auch ein bisschen zu, den, den Sinn, dass das Sinn noch ein bisschen besser wird, ne? Das ist bisher abgepackt, krass. Aber wie gesagt, Leute, es ist schön und gut, dieses ganze neue Content. Wir werden ihn alle feiern, aber wenn er nicht funktioniert und wenn es da so viele Bugs gibt, dann macht es auch keinen Spaß. Deshalb, wie gesagt, liebe Entwickler, habt bitte ein offenes Ohr für mich und ändert erstmal die Bugs oder behebt den Großteil der Bugs. Gerade auch das Soundproblem, was ich habe, ist unglaublich nervig per der Aufnahme. Und behebt erstmal die Bugs, dass das Spiel ordentlich stabil läuft und dann kann man über neuen Content reden, dann macht es auch Laune und dann ist es auch ziemlich cool. Und dann habt ihr auch das Potenzial, ein sehr, sehr geiles Survival-Crafting-Game auf den Markt geschmissen zu haben, weil, wie gesagt, das so wie es dieser Form ist, gibt es einfach nicht, ne? Und, ja, es macht ja auch jeden Spaß offensichtlich. Tja, was soll ich sagen? Schönes Ding, wir haben es groß durchgelootet, denke ich mal, durchgezeigt. Ich habe bestimmt wieder hier und da einige Sachen vergessen, die ihr mir da wieder schön schreibt, wo ich wahrscheinlich in Aufregung das einfach übersehen habe. Ist aber auch eine große Basis geworden, wenn man überlegt, wenn man sich den Dachbereich anguckt, wie es vorher aussah und wie es jetzt aussieht, ist es halt schon eine echte Hausnummer, ne? Und auch richtig, richtig cool gemacht einfach. Ja, wie gesagt, macht Spaß, Leute, schreibt rein, ob ihr die Insel auch schon erkundet habt oder ob ihr sie schon geschafft habt, ob ihr vielleicht auch mit mehr Leuten spielt, würde mich auch mal interessieren. Und, ja, ich bin gespannt, was das nächste so bringt und sage, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und natürlich Tschö mit Ö!